so hallo und herzlich willkommen zu einem neuen let's play ich weiß gar nicht mehr wo wir stehen geblieben sind oder ob wir noch irgendwelche kräfte haben den haben wir ja glaube ich erledigt muss ich weiß gar nicht ob ich jetzt greifen muss wissen was ich gehe mal ich gehe mal ich gehe mal ich gehe mal habe ich jetzt wirklich keine quest mehr nee 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 okay gut dann werde ich mich jetzt wahrscheinlich ab oder ich gehe mal schauen ob ich ihn immer sommer noch einen quest habe und falls nein muss ich kurz greifen okay was wir machen können ist dann dieser hier der können wir annehmen und jo gehen wir aber zuerst mal noch immer sommer also falls es doch keine quest hat muss ich dann eben wie gesagt breiten ok wie es aussieht muss ich greifen und was wir aber noch schnell machen können ist die post uns anschauen wo wir wo das extrem viel sorry ich verlasse gilt zu lange niemand ist jemason ist mir eigentlich egal dann was haben wir hier 50 gold danke an rio gang 2012 das ist wirklich sehr viel danke ich habe ich habe was für dich in meinen charakter spiel ich und der sport mit ihm haben bis dann ok war nicht wie shiva crystal nie nicht im ernst oder ok also falls jetzt shiva crystal meine karakterdaten wir sind dann werde ich das video natürlich passieren wow also ich glaube es erst wenn ich sehe aber schauen wir mal also shiva crystal hat mir wirklich die karakterdaten gesendet boah das ist auch sehr viel war beutel voll ok sonst wisst ihr was ich verkaufe sonst mal ein paar sachen also jetzt haben wir ziemlich viel verkauft so ich werde mal den beutel ordnen und dann entnehmen wir mal die kost also danke an barry für die vielen rollen also wie also ja die werte dann wahrscheinlich boah wow 90 gold von peace vielleicht höre ich auf zu spielen das wäre natürlich schade peace aber wow danke also ich bin überwältigt wie viel ich bekommen habe in dieser woche ich bin ich habe was vergessen drei gold wow 93 gold von peace das ist ein riesiges dankeschön wirklich dann 51 silber boah danke wirklich an peace es tut mir leid aber ja das ist schon gut wirklich danke an peace falls du das video noch schaust boah wirklich danke 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 ich habe schon einige dann würde mich riesig freuen wenn ich auch mal schreibt mir doch einfach mal per post an danke im voraus ja mit anschreiben ist so ein wenig die sache also ich gehe jetzt mal richtig daily damit anschreiben ist so die sache weil ich weiß nicht immer wer fragt und so und jo also wir werden jetzt aber mal den daily machen und also einfach grinden und hoffen dass der diese idee hier reicht also wir haben jetzt zwei dailies gemacht und jetzt nämlich und wir gehen zurück nach immer sommer ich habe gedacht der quest tut sich auf aber das sei wohl oder dem ist wohl nicht so also gehen wir zurück nach immer sommer also hier sind wir in immer sommer und dann hole ich mal den quest also jetzt können wir endlich auch mal richtig mit dem let's play beginnen jo ich bin vielleicht hört ihr das ich bin ich weiß nicht wie ich mich antöne aber vielleicht hört dass ich krank bin also krank ja morgen war es ziemlich extrem also extrem ja ich morgen wahrscheinlich die ganze zeit am schlafen oder in die am rumliegen und jo aber egal ich bin jetzt auch froh dass es geschafft habe noch dieses let's play zu machen und eben ich habe schon überlegt ob ich auf facebook und twitter ankündigen sollte es heute kein let's play gibt aber ich habe mir gedacht ich warte noch noch also gehen wir jetzt mal diesen quest abgeben also genau hier ist die person ich habe sie zuerst gar nicht gesehen aber jo ich verstehe so in die leck bei mir beim quiz in wie extrem ich weiß nicht wieso und dann gehen wir mal hier hinunter ne nicht sterben glück glück also und gehen wir den quest gleich ab also in die wenn es jetzt um quest geht will da die will da gehen noch nicht so ganz aber jetzt haben wir schon wieder ich betone auch wieder keine quiz mehr also gehen wir mal noch wego also hier sehen wir in vega und jo ich hoffe wir haben hier kriegt sonst wäre es nicht so gut also ich sehe ich sehe ein quest der gelbe ist das ist gut dann nehmen wir mal diesen an tötet 20 tätowierte erister ok also jetzt heißt es töten ok ich muss anscheinend auch noch die steine und einsammeln so wie es aussieht komisch ich hätte gedacht dass ich diesen quest schon erledigt habe ok oder ist es in dem bug ne das sieht nicht da noch aus aber eben gehen wir jetzt den quest machen also hier sind diese mobs und jo mal schauen wie lange das geht bis wieder das sind viel zu viele bitte nicht bitte nicht zu viele ich bin jetzt ganz weit von hier gespawnt aber ja gehen wir wieder zurück also ich bin jetzt da wow ich bin jetzt ganz weit von hier gespawnt ah nee nicht zu weit aber ja gehen wir wieder zurück also sonst greifen wir mal diese hier an ich habe diesen skill benutzen können wieso habe ich das nicht gemacht ok 3 von 20 das geht ja ziemlich schnell aber bleiben wir jetzt mal hier unten damit da nicht allzu viele lovis killer uns belästigen irgendwie weiß ich so nicht über was ich sprechen soll weil eben wie gesagt ich bin auch ein bisschen krank und es ist doch anstrengender als wenn man gesund ist also aber eben ich habe jetzt gedacht ich überwinde mich und mach doch noch ein let's play so aber eben weil eigentlich der einzige vorteil ist wenn man krank ist man nimmt noch ein bisschen ab also verliert ein bisschen gewicht und das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht weil eben das ja also hier hat es noch mehr aber eben das geht ziemlich schnell oh nee ich misst jetzt gerade meine Physik meine Physik Sachen sind hierher von weggefallen ja genau apropos für sie geben das konnte ich eigentlich heute auch nicht lernen weil ich eben krank war und wir haben noch am Mittwoch eine Prüfung aber das ist ja auch nicht so wichtig so 11 von 20 wir kommen voran wir kommen voran ja genau das ist das ist vielleicht ist war das der so wie kinder der chinesin den ich da gesehen habe ja genau was sehr cool findet das so viele die sind so mühsam ja eben genau viele ich weiss gar nicht mehr was eben im Moment habe ich eben viel zu tun in der Schule also eben für alle die denken ja ich mache nicht so oft ein Video und so aber eben aaaaaaah nervt nicht ja der Lobby Killer der uns jetzt zweimal gekillt hat war wirklich gröber ist ein Noob also das kann ich darf ich glaube ich so sagen weil oh nee Mist jetzt meine Spells wieder verrutscht oh man oh man oh man ne wisst ihr was ich gehe nicht auf die gehen auf die hier ah weil ihr habt gesehen wie viel Schaden der macht also der ist wahrscheinlich kürzlich ist gerade Level 60 geworden ist aber das ist ziemlich schlecht also egal wir machen jetzt sicher noch diesen Quest fertig und jo oh ich habe wieder etwas Bogen gehört lol der da hinten ist verpackt ahm ja eben was könnten wir noch so reden ey ich du bei voll Hardcore hatte man eine sehr coole Idee einfach über gewisse Sachen zu reden in einem Video in dem er Quiz macht ich versuchte das zuerst im MC4 aber das kam nicht gut raus und ich dachte mir wieso probiere ich das auch nicht mal aus und jo fangen wir glaube ich oh Mist jetzt hab ich so ein bisschen oh der ist der zu lause ne der sollte okay sein so so noch 2 wenn es nicht lag eben mit dem Essen genau zurück zum Essen also was sind sogar sozusagen gute Locations also über den für Mittagessen finde ich genau es gibt ja in der Schweiz so ich bin da nicht eben ich finde also oder fangen wir ja fangen wir mal allgemein essen an in der Schweiz gibt es ja eigentlich sozusagen zwei große was sollen wir sagen Lebens oder Detailhändler oder Händler oder Lebensmittelverkäufer das ist einerseits Coop und andererseits Migrant ich muss sagen ich bin wirklich ein Coop Fan weil irgendwie ist das Zeug besser und günstiger zugleich also nicht alles klar es gibt immer Ausnahmen aber eben falls man mal zum Mittagessen irgendwo schnell etwas kaufen muss geht in den Coop weil es viel billiger also jo was gibt es sonst noch dann zum Mittagessen was auch noch sehr cool ist aber schweineteuer ist Vapiano das ist einfach viel zu teuer meine Meinung nach dann was haben wir noch so was gibt es noch ähm so international Burger King ähm finde ich im Allgemeinen besser als McDonalds muss ich ganz ehrlich sagen ähm weil ich habe es ist einfach besser und nicht so fettig also klar beides ist natürlich sehr fettig aber jo so was haben wir hier tadaaa ja nix für mich gut ztm so ich gehe mal schauen ähm und da haben wir noch ein Quest nehmen wir ne falsch äh ich habe stimmt findet sie ins Kreuzer blablabla ähm gut jo ich glaube dann werde ich hier mal beenden ähm ich hoffe euch hat das Video gefallen trotzdem was soll ich jetzt sagen ähm ja weil ich denn nicht viele Aktionen eben wenn ihr so gerne so Themas in Let's Plays habt also nicht in Modern Combat 4 dann sagt mir noch also eben Essen ich habe das jetzt nur ziemlich schnell gecovert eben ich könnte noch mehr sagen aber ja also dann hoffe ich euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal mit Vielen Dank.